Liebe Lauscherinnen und Lauscher, aus Copyright-Gründen können wir den folgenden Audioclip hier leider nicht auf YouTube bereitstellen. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, auf allen unseren anderen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder Soundcloud oder iTunes, den Podcast mit allen Audioclips zu hören. Außerdem haben wir euch natürlich sämtliche Clips in unserer Linkliste in der Videobeschreibung verlinkt. Vielen Dank.